Musik 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 Die sagen ja schon wieder Sumpf. Oh, komm! Von wegen keine globale Erwärmung und so'n Scheiß. Ja. Es ist kopf mit globalen Erwärmung. Beide sind unwinnig. So viel Stress. Wir haben schon wieder einen Clown. Wow. Wir haben Corrupt. Kann mir mal kurz eine, eine, eine runterhauen, dann schmeiß ich mich kurz hin, dann ist Corrupt vorbei. Ja, komm her. Dann ist Corrupt gleich vorbei. Komm her, hier lässt sich bestimmt irgendwas finden, womit ich schauen kann. Bist du auf nem kleinen Boot? Wenn du das ja, wenn du das unbedingt möchtest. Ich mache dir sogar Platz. Danke. Ich bin wirklich schwer. Ich bin wirklich schwer. Aaaaah. Hab ich verloren. Ich denke ja, sobald es geht schon gespielt. Ja. Sobald es geht reicht? Schaffen wir nicht. Gibt's so schön? Ich glaub, das wäre jetzt noch ein... Ja. Heute rausgekommen. Offiziell rausgekommen. Aber nicht für Alpha oder sowas. Nein, nein. Offiziell rausgekommen. Außer nach der Runde. Ja. Wow, er hat einen schönen Blick. Wow, er hat einen schönen Blick. Ah! Ja. 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 Also, 14 mit... Okay, den Jen hier sollten wir jetzt nicht machen. Oh, er hat Barbecue. Ich geh wieder zurück zum Anruf. Er kommt Richtung Main-Building. Vom Hügel aus. Oh mein Gott! Wir haben hier hinten in der Ecke, wo die Kate am Haken hingen, es steht auch noch ein Double-Gen. Wie hast du mich nicht gesehen? Ich habe gerade Sarah-Move 900. Du kannst aber schön rückwärts gehen, Clown. Kannst du weitermachen. Er ist weg. Der hat dieses Kornos-Kupu-Kupu-Kupu-Kupu-Kupu-Kupu. Hilfe! Hilfe! Help me! Ich bin nicht tot. Ich habe ein Problem! Was war das denn? Nein, ich konnte nicht überspringen. Oh mein Gott. Habe ich jetzt an dir abgeschmiert? Das tut mir leid. Nein, 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 er will mich nicht. Er ist bei dem Zen oder so. Aber er ist gerade mir vorbeigelaufen. Ja, er kickt den Zen. Ich glaube, die Kate hat Botany oder sowas. Die heilt nämlich recht schnell. Okay. Und sie hat kein Dings... Oh, ich höre jemanden jammern. Hello. Er ist immer noch auf dem Boot. Oh, wir lassen doch auf dem Boot räumen. Da stört jemanden. Echt jetzt? I owe you one. Okay, davon brauche ich einen Clip, davon brauche ich einen Clip. Ja, kriegst du, kriegst du, kriegst du. Er ist bei der Scheck jetzt oben. Blind ist ja an uns vorbeigelaufen. Ja. Das hört uns nicht. Genau, ich wollte gerade sagen, weder gehört noch gesehen. Deswegen empfehle ich es gerne, Nusses Calling mit. Oh nein, er ist schon wieder hier. Oh, Proof. Ja. Mit dem Zen. Obwohl es nicht mehr so viel bringt. Ja, aber noch ein bisschen. Oh, wir sind immer auf 10% oder so. Ja. Blubber! Dröd, ich bin hinterm Steg am Zen. Also wenn sich jemand Prusiges zugesellen möchte. Ja, genau. Ich bin auf den Weg. Groovy. Groovy. Ich bin neben dem Haupthaus, parallel an einem anderen Zen. Ja, die Zen sind hier bei der Keller-Scheck. Hallo. Hallo. Nein, wuppt es ja. guck und gut. Spätenplanen scheint nicht zu häufig. Spätenplanen scheint nicht zu häufig. das geräusch ist eklig ja als ob hier irgendwas rausgekommen kommt ganz wild ich verstecke mich mal ein bisschen falls er kommt er ist weg nein das ist doch nicht weg drei viertel ihr könnt in richtung main building kommen wenn ihr wollt hallo ja er hat aufgegeben naja kommen dann kommt ihr dann raus nicht weiter ärgern wir halten dauerhaft hartnitt hatten aber lieber nichts riskieren ich habe eine daily mit core action ich muss eigentlich ein gegenstatt finden meine daily bei der bürger halt war geil ja 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 ja